Oha, mir ist da noch was eingefallen, kurz vorm Exportieren vom fertigen Video. Und zwar nicht, dass irgendwer den Eindruck bekommt, dass ich Urwälder nicht toll finde. Weil rein für Klimaschutzzwecke halte ich den bewirtschafteten Wald für sinnvoller. Das kommt gleich in aller Ausführlichkeit im Video. Ja, aber Urwälder sind natürlich deswegen trotzdem unbedingt erforderlich als Biodiversitätsspeicher, als Ort für Genressourcen, als wunderschöner Wald für diverse Tiere und wo das Leben wirklich noch das Leben sein kann. Und gar keine Frage, dass Urwälder ganz, ganz großartig sind. Lediglich für Klimaschutzgründe sind sie vielleicht nicht ganz so toll, wie sie da gerne mal dargestellt werden. Zumindest meiner Meinung nach nicht. Aber ich finde Urwälder total toll. Nur, dass wir das geklärt haben. So, und jetzt geht's los. Guckt schon mal weg, weil das Bild ist grauslich. Hallo und herzlich willkommen heute mal am Schreibtisch und heute mal mit einem ganz grauenvollen Bild, das aufgenommen wurde mit einer Kartoffel, die auf einem Toaster liegt. Nur mal zum ungefähren technischen Stand meiner Bildaufnahmemöglichkeiten, wenn ich hier direkt quasi am Computer hocke. Das mache ich jetzt aber heute trotzdem mal, weil, ja, technische Gründe. Ich habe keinen einzigen aufgeladenen Kamera-Akku mehr und will nicht so lange warten, bis die aufgeladen sind und möchte gerne jetzt noch was erzählen. Und meine Versuche draußen was aufzunehmen sind jetzt A, an ist es Nacht und B, es hat angefangen zu regnen. Gescheitert. Ich war nämlich eigentlich noch draußen, dass es noch hell war, aber dann hat mir der Regen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Gut. Das heißt, wer nebenher noch Abwasch zu machen hat, gerne die Wäsche aufhängen möchte, bügeln, mal was aufräumen, vielleicht auch keine schlechte Idee, der ist herzlich eingeladen, genau das zu tun, weil zu gucken muss man mir nicht zu hören, reicht. Ja, so gesehen wäre es auch sinnvoll, hier draus noch eine Audio-Version zu machen, aber egal, wir legen los und zwar, ich habe mir ein paar kleine Notizen gemacht und der Ton sollte allerdings hoffentlich gut sein. Heizen mit Holz bzw. ist Holz denn nun ein CO2-neutraler Brennstoff oder ist das nicht? Das ist tatsächlich ein Thema, was so die letzten Tage im Internet ganz viel diskutiert worden ist. Dazu hat auch der Herr Peter Wohlleben eine Frage und Antwort gemacht, wo er eben auch meint, dass das ganz schlimm sei, wenn man mit Holz heizt und das sei teilweise schlimmer als Kohle. Also zunächst mal, ja, man kann Szenarien herleiten, in denen mit Holz heizen schlimmer ist als mit Kohle. Wenn du zum Beispiel die Kohle, deutsche Kohle nimmst, also die, die wir in Deutschland noch immer rausbuddeln und die vergleichst mit Holz aus Neuseeland, das du mit dem Schiff hergeschippert hast, dann ist tatsächlich Heizen mit Holz aus Neuseeland, das man mit dem Schiff hergeschippert hat, schlimmer als Heizen mit Kohle. Ja, also man kann sich da schon Szenarien zusammenbauen, bei denen das stimmen mag und vielleicht muss das Holz noch nicht mal aus Neuseeland kommen. Wenn es allerdings hingegen 1,5 Kilometer neben dem Haus, im Wald, im eigenen Wald vielleicht sogar, geschlagen wurde, dann sieht die Welt ganz anders aus. Aber alles der Reihe nach. Zunächst mal, ist Holz ein CO2-neutraler Brennstoff? Und da muss man der Fairness halber dem Herrn Wohlleben und den anderen Leuten, die meinen, das ist nicht so, dahingehend Recht geben, dass es schon nur theoretisch CO2-neutral ist. Und um das näher erklären zu können, müssen wir jetzt erst mal wissen, was das überhaupt bedeuten soll, CO2-neutraler Brennstoff. Und zwar, machen wir das mal an einem Beispiel. Damit das Ganze CO2-neutral sein kann, muss quasi in der Zeit, in der wir CO2 freisetzen, durch Heizen, gleichzeitig wieder die gleiche Menge CO2, wie wir gerade durch Heizen freigesetzt haben, irgendwie gebunden werden. So, und das macht der Wald für uns. In der Theorie sollte also im Wald so viel Holz zeitgleich nachwachsen, wie wir ebenfalls zeitgleich verheizen. Also nehmen wir mal an, wir holen uns alle 10 Jahre 100 Kubikmeter Holz aus dem Wald und verheizen das über einen 10-Jahres-Zeitraum. Dann müsste in dem Wald, aus dem wir das entnommen haben, also die Waldgröße, die uns zur Verfügung stand, um da unsere 100 Kubikmeter zu entnehmen, die müsste jetzt in der Lage sein, in 10 Jahren neue 100 Kubikmeter Holz entsprechend zu bilden, sodass wir dann nach 10 Jahren, also wenn unser Holzvorrat alle ist, wiederkommen können und quasi 100 neue Kubikmeter Holz vorfinden, die in der gleichen Zeit nachgewachsen sind, mindestens. Es darf natürlich auch mehr sein, logischerweise. Und ist das der Fall? Potenziell definitiv. Ja, also man muss nur genügend Wald pro Holzverbraucher zur Verfügung stehend haben, dann funktioniert das problemlos. So ein durchschnittlicher Zuwachs von dem deutschen Wald ist so ungefähr bei 12 bis 13 Kubikmeter pro Hektar und Jahr. Soll heißen, hätten wir einen Hektar, dann hätten wir nach 10 Jahren so etwa 120 bis 130 Kubikmeter Holz und das bedeutet, mit einem Hektar kann man mit noch einem gewissen Bonus und noch ein bisschen Puffer, mit einem durchschnittlichen Hektar, kann man dann auch ungefähr den Holzbedarf von unserem fiktiven Beispiel dann irgendwo decken. Will man also mit diesem Wäldchen, was man da hat, wirklich nur Brennholz erzeugen für die eigene Nutzung, für den eigenen Ofen, dann geht das. Und wenn man das jetzt so macht, dann ist man bisher tatsächlich CO2-neutral. Also sozusagen das, was aus dem eigenen Schornstein an CO2 abgegeben wird, wappert direkt drüber in den eigenen Privatwald und wird dort von den bestehen gebliebenen Bäumen aufgenommen, die jetzt alle ein Stückchen größer geworden sind und insgesamt dann eben die Menge an Holz, die wir entnommen haben, mehr als kompensieren, bis wir wieder hingehen, um wieder welches zu entnehmen. So, theoretisch. Ich muss der Ferne-Salber jetzt aber schon zugeben, das funktioniert in der Praxis selten zu 100%, dass das Ganze komplett aufgeht, weil dafür, ja, in der Praxis muss man ja das Holz auch noch transportieren. Und wenn du jetzt nicht zu Fuß gehst und, keine Ahnung, zwei Wochen lang, dreimal täglich läufst und dir fünf Balken über die Schulter legst und die nach Hause wuchtest oder auf dem Pferd reitest und das dann hinten an deinem Pferd oder meinetwegen mit dem Fahrradanhänger das Ganze transportierst oder sonst wie, wahrscheinlich wird man da schon ein wahrscheinlich mit fossilen Energieträgern angetriebenes Gefährt verwenden wollen. Ja, also sprich ein Auto, Traktor, LKW, was auch immer, Pkw mit Anhänger, völlig wurscht beziehungsweise im feinen Unterschied macht es natürlich schon, aber wir haben in jedem Fall noch Holzlogistikkosten, die da dazukommen. So, und die sind natürlich erheblich größer, wenn wir jetzt nicht unseren Wald direkt hinterm Haus haben und vorsichtig ausgedrückt am Arsch der Welt wohnen, sondern stattdessen irgendwo in der Stadt, meinetwegen im obersten Stockwerk von irgendeinem hohen Gebäude, was uns leisten können. Und ja, da heizen wir auch mit Holz, weil wir einen fancy Kamin haben und da muss der Holzvorrat die ganze Zeit da immer hingeliefert werden und so weiter, mitten in die Stadt. Und dann sind natürlich die Logistikkosten, bis das Holz dann letztendlich da ist, wo es verbrannt wird, größer. Und da können wir jetzt so grob ungefähr sagen, dass wir in einem realistischen Szenario beim Heizen mit Holz auf Abzüge durch Logistik irgendwo so zwischen 20 und 5 Prozent kommen, die das ganze System dann halt eben nicht mehr CO2-neutral ist, weil fossile Energieträger zum Transport des Holzes notwendig sind. Und die sind ja bekanntermaßen nie CO2-neutral. Nie. Ja, wichtig. Wirklich nie. Selbst nicht, wenn du es irgendwie kompensierst und wenn du an das Flugzeug geflogen bist und bei Atmosphäre 13 Euro irgendwas ausgegeben hast, dann ist es immer noch nicht wirklich kompensiert, weil es halt einen Unterschied zwischen dem Verbrauch von fossilen Energieträgern gibt und, naja, ich formuliere es mal so. Jedes bisschen Kohle oder Öl, was wir da lassen, wo es jetzt ist, nämlich im Boden, tief unten, irgendwo ganz weit weg von allen biologischen Abbauprozessen oder gar von jemandem, der es anzünden möchte. Ja, das bleibt auch die nächsten paar Millionen Jährchen weiterhin super gut gespeichert und bleibt da. Alle Alternativen zur Speicherung von CO2, zum Beispiel in Form von mehr Wald, ja, zur Frage, wie kriegen wir CO2 wieder aus der Atmosphäre raus, ja, im Wald speichern, Holz ins Salzbergwerk legen, ja, mehr Algen im Meer haben, da könnte man sich ganz viele lustige Ideen ausdenken, die sich da diverse Leute haben einfallen lassen, aber all dieses Zeug ist ein labiles System, das kann schief gehen, jetzt außer mal vielleicht Holz im Salzbergwerk, wobei auch das kann schief gehen, das kann einbrechen, da kann Feuchtigkeit eine Rolle spielen und, und, und. Alles labil soll heißen, zum Beispiel, du legst dir einen riesigen, großen Urwald von morgen an, das Ding wächst wunderbar und dann kommt ein riesen, riesen Sturm und der kann jederzeit kommen, weil wir kriegen den Klimawandel ja von jetzt auf gleich nicht abgeschaltet, die Chance, dass da ein gigantischer Sturm kommt und den kompletten Wald wieder umschmeißt, die ist super hoch, so und jetzt liegt das Holz da und was macht es jetzt? Jetzt verrottet es und wo ist der Unterschied, ob man es verbrennt oder ob man es langsam verrottet hinsichtlich der CO2-Freisetzung? Gibt es keinen, ja? 100% des CO2 im Holz werden, wenn es verrottet, auch irgendwann innerhalb, ja, vielleicht weniger, mehr Zeit, aber doch auch irgendwann innerhalb von, ich sage jetzt mal grob 50 Jahren, wieder in der Atmosphäre landen, ein Großteil des CO2 vom Holz landet innerhalb von recht kurzer Zeit wieder in der Atmosphäre. Ein kleiner Teil wird deutlich langfristiger im Boden gespeichert, das ist aber auch nur ein kleiner Teil, auch der bleibt da nicht ewig, der kommt da auch irgendwann wieder raus. So, und das ist jetzt deswegen wichtig, das gehe mal alles nachher noch im Detail durch, aber jetzt bin ich gerade in Fahrt, das ist jetzt deswegen so wichtig, weil jedes bisschen fossiler Energieträger, was wir verbrauchen, sorgt für zusätzliches CO2 im Rotationsprinzip, das da erstmal drin ist. Und das eben aus dem Rotationsprinzip wieder rauszubekommen, das ist viel schwieriger und viel mühsamer, als wenn man es einfach da lässt, wo es jetzt ist, nämlich raus aus dem System. Solange fossile Energieträger im Boden bleiben, alles gut, da müssen wir uns keine Gedanken mehr drum machen, da müssen wir uns keine tolle Technologie einfallen lassen, wie wir das jetzt wieder loswerden, wie wir damit hantieren, wo man das sonst noch so speichern könnte, sondern es ist einfach, es macht einfach keinerlei Probleme. Jedes bisschen zusätzliches CO2 zu dem, was wir jetzt haben, sprich jedes bisschen fossiler Energieträger, den wir verwenden, der sorgt für Probleme. Da muss man das in irgendeiner Form managen, damit klarkommen oder eben auch nicht damit klarkommen und damit leben, dass es dann da ist. Aber das Beste, was man bezüglich Klimaschutz machen kann, ist fossile Energieträger gar nicht erst verwenden. Und darum ist Holz durchaus interessant, weil das kann halt eben fossile Energieträger substituieren, um mal ein schlaues Wort zu verwenden. Und dazu nachher noch mehr. So, aber jetzt zurück zum Thema. Wo war ich denn stehen geblieben? Ah ja, ich hatte versucht zu erklären, wieso theoretisch Holz ein CO2-neutraler Brennstoff ist, weil man halt eben eine nachwachsende, gleichzeitig nachwachsende Menge von Holz zum Heizen verwenden kann. So, aber auch nur wie gesagt theoretisch, weil da kommt noch die Logistik dazu. So, und was kommt dann noch dazu? Der Faktor der Lokalität, beziehungsweise die Logistik haut halt immer mehr rein. Das hatte ich ja auch ganz am Anfang schon gesagt. Also immer wieder mich ein kleines bisschen zum Herrn Wohlleben aufgeregt habe. Wenn du das Holz von sehr, sehr weit weg holst, dann ist es irgendwann überhaupt nicht mehr klimaneutral. Und es gibt halt eben Entfernungen, die so groß sind, dass du wirklich besser mit der Gasheizung arbeitest. Oder notfalls auch mit der Ölheizung und allerschlimmstenfalls sogar noch Kohle im Keller liegen hast und dir dein eigenes Kohlewäuerchen hat, machst völlig wurscht. Ja, wenn die Entfernung nur groß genug wird, spielt es irgendwann keine Rolle mehr. Das heißt, Heizen mit Holz kann nur dann klimaneutral sein, wenn es sich ums lokales Holz handelt. Also mindestens mal einheimisches Holz. Noch besser gleiches Bundesland und noch, noch viel besser wirklich lokal. Also aus dem entsprechenden Stadtwald von Stadt XY. Das wäre zum Beispiel dann wirklich eine Option, wo man dann recht nah rankommt an die theoretische CO2-Neutralität. Übrigens, es ist schon richtig, dass die Holzlobby mehr oder weniger, wo ich sehr dankbar bin, dass es sie gibt, das ist eine der am wenigsten mächtigen Lobbys der Welt. Wenn man überhaupt eine Lobby hat, dann gehört also wirklich bei den Faktoren, die noch eine Lobby haben, die Holzlobby sicherlich zu den kleinsten Lobbys, die da so eine Rolle spielen. Wenn man das vergleicht mit der Öl-Lobby oder mit der Automobil-Lobby oder irgendwelchen Hightech-Krempel, Amazon, Apple, was auch immer, die haben alle einen viel größeren politischen Google, oh yeses, Microsoft, so ein Zeug. Ja, ja klar, mit den Nanobots im Impfstoff und so weiter. Egal, jedenfalls, die haben alle noch einen deutlich größeren Einfluss, selbstverständlich, als unsere Holzlobby. Aber ja, die Holzlobby vertritt eben dieses CO2-neutraler Brennstoff. Und ja, das ist streng genommen falsch. Und wer sagt, das gibt es gar nicht, beziehungsweise das stimmt nicht, der hat streng genommen schon irgendwo recht. Das ist halt keine wissenschaftlich korrekte Formulierung mit dem CO2-neutralen Brennstoff, sondern halt Werbung letztendlich. So, ein weiteres Argument, weshalb ja mit Holzheiten so schlecht sein soll, beziehungsweise es schlecht sein kann oder schlechter als man denkt, vielleicht ist, dass Erdgas tatsächlich CO2-technisch 40% besser ist, als Heizen mit Holz. Also, wenn du ein Jahr lang mit Erdgas heizt, statt ein Jahr lang mit Holz zu heizen, dann stößt du mit Erdgas 40% weniger Gesamt-CO2 erstmal aus. Das ist zwar fossiles, aber das ist erstmal 40% weniger. So, und jetzt nehmen wir mal an, also da gab es mal jemanden, der diesbezüglich eine lustige Rechnung, die ich für völlig falsch halte, gemacht hat. Aber trotzdem, du brauchst nur 60% von dem, was du bräuchtest, wenn du mit Holz heizen würdest. Und deswegen heizt du mit Erdgas. Jetzt wächst der Wald ja genauso schnell. Und nehmen wir mal an, der Wald wächst in der gleichen Zeit, wo du normalerweise eben dein Holz rausholen würdest, genauso schnell, wie wenn du nicht dein Holz rausholst. Und jetzt heizt du stattdessen mit Erdgas. Und dann hast du am Endeffekt sogar 40% mehr Wald sozusagen dastehen, als wenn du mit Holz geheizt hättest. Und durch die 40% mehr Wald, die dastehen, oder halt durch das irgendwie mehr Wald, das nervt mich nicht mit Mathe, aber durch das irgendwie mehr Wald dastehen, würde dann eben quasi das Erdgas automatisch wieder kompensiert werden. Weil der Wald wächst ja trotzdem. Und das CO2, was durch das Erdgas, also durch einen Kamin abgegeben wird, wird vom Wald genauso aufgenommen, wie das CO2, das durch Holz aus deinem Kamin abgegeben wird und in deinem Privatwald landet. So, also in der Theorie ist das richtig. Übrigens, warum hat Erdgas eine bessere CO2-Bilanz? Na, da ist auch Wasserstoff drin. Und wenn du Wasserstoff verheizt, dann gibt das halt bloß Wasser und kein CO2. Und darum ist Erdgas besser, höherer Anteil an Wasserstoff drin. Jemand hatte bei dem entsprechenden Video, was ich diesbezüglich gerade eben noch geguckt habe, habe auch sehr sinnvollerweise in die Kommentare geschrieben, dass Erdgaspipelines nie ganz dicht sind. Und wenn da was rauskommt, dann ist das gleich Methan. Und das ist natürlich viel, viel, viel schlimmer als CO2. Daher spielen die Verluste bei undichten Erdgaspipelines auch eine wirklich große Rolle, wenn du die Gesamtklimabilanz von Erdgas angucken möchtest. Aber das nur am Rande. Jedenfalls, das Dumme ist halt eben einfach nur, dass selbst wenn der Wald, wenn man ihn wachsen lässt, so schnell wächst, dass er auch die Emissionen einer Erdgasheizung unseres am Anfang beschriebenen Haushaltes kompensiert und das Ganze aufnimmt, dann steckt das CO2 trotzdem nicht mehr im Boden und ist da bis in aller Ewigkeit safe. Okay, was im Fall von Erdgas nicht so ganz stimmt, dass es dann bis in aller Ewigkeit safe ist, siehe Methanausgasung bei tauendem Permafrost, auch ein Thema, was wir schon häufiger angesprochen haben. Aber tun wir jetzt mal so, als wäre es safe, wenn es im Boden bleibt. Es gibt ja auch Erdgasvorkommen, die safe sind, wo man sich keine Sorgen drum machen muss, dass das ohne das was anbohren in nächster Zeit in irgendeiner Form da rauskommen würde. Und dann haben wir jetzt endlich trotzdem wieder neues zusätzliches CO2, was vorher in der Atmosphäre gar nicht rotierend war. in die Atmosphäre gebracht. Und hätten wir kein zusätzliches Atmosphäre, neues CO2 in die Atmosphäre gebracht aus fossilen Quellen, dann würde unser Wald, der da jetzt weiterhin fröhlich wächst und angenommen, wir würden gar nicht heizen, weil wir auf einmal Wim Hof sind. Kennt ihr den? Der ist lustig. Wenn nicht mal googeln. Und heizen deswegen überhaupt nicht mehr. Dann würden wir nämlich jetzt sogar noch viel mehr CO2 einsparen, weil jetzt holt unser Wald bereits von unseren Vorgängern oder von uns selbst in früheren Lebensjahren das CO2 aus der Atmosphäre, was wir da schon vorher reingepustet haben. Also in jedem Fall ist es immer sinnvoll und immer die beste Option, die zusätzliche Emissionen weiteren fossilen CO2s zu vermeiden. Das ist mir ganz wichtig, dass das nochmal klar ist. Gut, also das zu dieser Theorie, dass mit Erdgas heizen besser wäre und dafür den Wald wachsen lassen besser wäre. Das kann unter gewissen Bedingungen dann doch noch stimmen, dazu kommen wir aber gleich. Es ist immer so ein großes Abwägen, es ist immer ein Kommt drauf an. Es gibt hier kein Schwarz oder Weiß, es ist entweder gut oder es ist schlecht oder es ist generell schlecht oder generell gut, sondern mal so, mal so. Immer unabhängig von den verschiedenen Einflussfaktoren, die da eine Rolle spielen. Aber dass der Herr Wohlleben, was das angeht, noch nie großartig differenziert hat, das ist ja nichts Neues. Gut, was wollte ich jetzt sagen? Nährstoffexporte. Ein Problem bei der Holznutzung, was tatsächlich jetzt noch nicht mal bei der großen Kritik vom Herrn Wohlleben groß erwähnt worden ist, vielleicht das irgendwo anders erwähnt, ist, wenn wir Holz aus dem Wald holen, dann haben wir mal abgesehen von allen Klimaaspekten auch immer das Problem, dass in dem Holz, was wir jetzt aus dem Wald rausholen, auch Calcium, Magnesium, Kalium, Molybden, Mangan und so weiter drin stecken, also all die mineralischen Nährelemente, die eben nun mal für jedes Pflanzenwachstum sehr, sehr wichtig sind. Die werden vom Boden mit der Zeit nachgeliefert, aber auch nur begrenzt und wenn man davon so wenig wie möglich aus dem Wald rausholen würde, wäre schon schön. Nutzt man jetzt jedes bisschen Holz, was abgesehen von den dicken fetten Stämmen, die man als Bauholz natürlich benutzen kann und aus sollte, noch anfällt, also sprich die Ex-Äste und häckselt die klein zu Hackschnitzeln. Dann hat man zwar jetzt noch mal ein CO2-technisch durchaus interessantes Produkt, um eben fossile Energieträger zu schonen, die man mit Hackschnitzeln heißt, die aus solchen Holzresten stammen, die für was anderes sowieso nicht gut sind. Wie gesagt, klimatechnisch wäre das gut, aber das Problem ist jetzt, dass Äste häckseln dann ein Problem darstellt, wenn der Wald eben schon Schwierigkeiten mit der Bodennährstoff-Situation hat, Näh-Element-Situation und mit den Mineralien, weil die hocken halt eben vorzugsweise in der Rinde. Und jetzt muss man sich klar machen, je kleiner ein Ast ist, ein Zweig ist, desto größer ist der prozentuale Anteil an Rinde, den der hat. Wenn du einen Meter fetten Baum hast und der hat dann noch mal 2 cm Rinde außenrum, dann ist das vergleichsweise wenig Rinde an dem gigantischen Gesamtvolumen dieses Stamms. Hast du hingegen nur einen ganz dünnen Zweig, der in der Mitte 3 mm Durchmesser Holz hat und außen dran noch mal ein Millimeter Rinde, dann hast du ja schon quasi ein Viertel vom Gesamtdurchmesser ist Rinde. Und das sieht ganz anders aus bei einem dicken Stamm. Deswegen ist ein dicken Stamm mit Rinde aus dem Wald holen. Das ist zwar immer noch eine Menge Rinde, die da dran hängt, aber es ist wenigstens wenig Rindenexport für sehr, sehr viel nutzbares Holz. Dünne Zweige aus dem Wald holen hingegen hat einen extrem hohen Rindenexport und damit Nährstoffexport für nur sehr, sehr wenig nutzbares Holz. Und dieses nutzbare Holz wird außerdem nur in Anführungszeichen als Brennholz verwendet. Man kann ja viele schöne Dinge mit Holz machen. Das ist auch wichtig und richtig und dazu kommen wir auch noch. Und das ist halt eben der Faktor, dieses Abwägen. Kann man denn hier jetzt noch sinnvollerweise noch Hackschnitzel zusätzlich mit aus dem Wald rausholen oder kann man es nicht? Es gibt Standorte, die sind nährstofftechnisch so super ausgestattet, dass man tatsächlich noch Hackschnitzel da in beliebiger Menge mit rausnehmen kann. Das ist wurscht. Das wird alles vom Boden nachgeliefert, was du da exportiert hast. Zumindest wird es für die nächsten paar tausend Jahre kein Problem sein. Und es gibt eben Standorte, bei denen wird es jetzt schon langsam kritisch und man sollte sich langsam Gedanken machen, dass man da so wenig wie möglich Nährstoffe rausnimmt, sonst sind sie nämlich irgendwann demnächst mal alle. Das wird jetzt nicht mehr in dieser Generation passieren, also meiner, aber in der nächsten durchaus vorstellbar. Also sagen wir mal so, es gibt durchaus Standorte, wenn man da regulär weiter normale Forstwirtschaft, allein schon normale, gar nicht mit Hackschnitzeln und Zweigexport betreibt, dann könnte da in 100 Jahren schon durchaus gewisser Nährstoffmangel auftreten und dann ist es mit dem nachhaltigen Waldwachstum auch vorbei. Denn dann aus ganz anderen Gründen nichts Klimatisches, nicht wegen Trockenheit, das mag dann auch eine Rolle spielen, zusätzlich, klar, aber einfach schlicht und ergreifend wirklich wegen Nährstoffexport. Das heißt, da habe ich schon häufig drüber gesprochen, aber das ist halt nochmal so ein zusätzlicher Faktor, den man bei frischen Waldhackschnitzeln im Hinterkopf behalten muss. Das gibt nur weniger oder nur manche Standorte, sage ich jetzt mal, ich weiß nicht, wie viele das sind, da habe ich jetzt keine Zahlen im Kopf, bei denen das wirklich problemlos geht und es gibt sicherlich auch nochmal manche, bei denen das wirklich eigentlich gar nicht geht und vielleicht trotzdem auch schon gemacht wurde. Also da ist schon nicht immer alles super. Natürlich nicht, aber nennen wir irgendeine Branche, in der immer alles super ist, kennen keine. Wie dem auch sei, da muss man ein bisschen aufpassen. Gut, jedenfalls jetzt folgendes Problem. Bisher haben wir jetzt gesagt, was sind denn die Probleme beim Heizen mit Holz beziehungsweise warum kann Heizen mit Holz dann doch nicht klimaneutral sein? Lösungen. Lösungen, wie kann man mit Holz heizen, damit es völlig einwandfrei ist und eine wirklich gute Idee und auch wirklich einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz und vor allem zur Substitution von fossilen Energieträgern leisten kann. Und zwar erstens lokales Holz. Ausschließlich lokales Holz. Wenn du Holz länger als die magische Grenze dürfte so irgendwo bei 50 Kilometern liegen, weiter als 50 Kilometer zu dir transportieren lassen musst, dann wirst du langsam schon schwierig. Weil Holz ist halt nun mal schwer. Dementsprechend müssen da große Geräte fahren und die haben dann halt nun mal einen vergleichsweise hohen Energieverbrauch. Außerdem das Holz selber muss ja auch noch irgendwie aufbereitet werden. Wenn das zum Beispiel vorher getrocknet wird, spielt eine ganz große Rolle, ob du Brennholz verwendest, das industriell getrocknet wurde und einem riesen Energieverbrauch in einer gigantischen Mikrowelle quasi. Ja, nicht ganz, aber trotzdem riesiger Energieverbrauch. Oder ob du halt luftgetrocknetes Brennholz verwendest, das dadurch getrocknet ist, dass es jemand schön aufgestapelt hat und dann halt eine Weile einfach liegen lassen, bis es trocken war. Letzteres super. Ersteres in den meisten Fällen klimatechnisch wirklich keine so gute Idee. Als Brennholz wohlgemerkt, ja. Für Nutzholz, da führt oft kein Weg dran vorbei, dass man das industriell trocknet. Besser wäre es natürlich ohne industrielle Trocknung, aber das geht in vielen Fällen nicht. Und da muss man das dann einfach in Kauf nehmen, ist dann trotzdem immer noch viel, 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 viel besser als Stahl oder Beton oder Ähnliches. Gut, also Lokalität ist wichtig. So, dann zweitens. Ideales Brennholz besteht aus gar nicht Waldholz, sondern Alt- und Restholz. Das ist optimal. Also die perfekte Holznutzung. Wenn wir in einer perfekten Welt leben würden und der Holznutzungszyklus wäre so nachhaltig, wie man es sich nur irgendwie wünschen kann. Das ist nicht der Fall. Spoiler, wir leben nicht in einer perfekten Welt. Wer hätte das gedacht? Aber nichtsdestotrotz würden wir da leben. Dann hätten wir eine Holznutzungskaskade, die so geht, dass das hochwertige Holz erst mal irgendwo in ein Gebäude zum Beispiel eingebaut wird oder in ein hochwertiges Möbelstück, das 50 oder 100 oder 150 Jahre lang genutzt wird. Und dann irgendwann, wenn es dann wirklich ramschig ausschaut, dann kann man noch was anderes draus machen. Und je nachdem, wie die Qualität jetzt ist, kannst du aus dem sehr hochwertigen Holz jetzt noch mal ein etwas weniger wertiges Holzprodukt wie Veschpa-Brettle draus machen. Zum Beispiel ganz viele Veschpa-Brettle aus einem schönen Schrank, Vollholzschrank, kannst du schon ganz viele Veschpa-Brettle machen. Dann bleibt noch ein kleiner Restholz übrig und dieses Restholz wäre jetzt das erste sinnvollerweise energetisch nutzbare Altholz, das wir haben. Und jetzt nehmen wir mal an, die Veschpa-Brettle werden noch 30, 20, 20, 30 Jahre in irgendwelchen super nachhaltigen Küchen genutzt, vielleicht auch nur 10. und dann kannst du aus dem Veschpa-Brettle auch noch mal was machen, weil jetzt kommt eben auch für die Veschpa-Brettle der Moment der thermischen Endnutzung, nennt man das so schön, und dann werden die dann noch mal verheizt. Das heißt, das Holz war auf vielfältige Art und Weise nützlich und am Ende kann es sogar noch mal Energie liefern und hat dann in vielfältiger Hinsicht fossile Ressourcen geschont, also nicht nachwachsende Ressourcen in diesem Fall. Wir haben vor unser Dach weder Stahl noch Beton noch, was man da sonst noch so nehmen kann, gebraut, Alu meinetwegen, sondern eben stattdessen nur Holz. Das hat erstens die ganze Zeit über, während es verbaut war, dafür gesorgt, dass das CO2 nicht in der Atmosphäre rumfliegt, was im Holz drin ist. Es hat zweitens eben die CO2-Emissionen beim Schmelzen von Stahl, beim noch schlimmer Schmelzen von Aluminium oder beim Abbau von Sand für Beton verhindert, zumal Beton ja auch durchaus knapp wird, das habe ich auch schon ein paar Mal erwähnt. Und jetzt am Schluss liefert es sogar noch mal eben zusätzliche Energie, die wir zum Heizen, zum Strom erzeugen, zum sonst was nutzen, nutzen können. Und erst jetzt, nachdem das all diese vielen nutzbringenden Dinge geliefert hat, landet es wieder im CO2-Kreislauf und kann von anderen Bäumen nach Möglichkeit hoffentlich direkt wieder aufgenommen werden oder von Algen im Meer oder was halt da gerade so auf den Feldern oder auf dem Meer halt so rumschwimmt, was CO2 speichern kann in 100 Jahren. Keine Ahnung, wie das dann aussehen wird. Entweder sehr karg und leer und ohne uns oder auch sehr schön und naturnah und wunderbar ohne uns oder vielleicht sogar mit uns und trotzdem einigermaßen lebenswert. Letzteres würde ich mir ja durchaus wünschen. Gut, das ist also die Sache mit dem Alt- und Restholz. Außerdem, ganz, ganz wichtig, bei der Produktion von hochwertigen Holzprodukten fällt ja auch immer ein Rest an. Man muss sich klar machen, aus einem runden Stamm, ja, rund, und kannst du nur nicht beliebig viele eckige Balken rausschneiden, ohne dass da nicht irgendwelche rundlichen Restteilchen überbleiben. Und für die rundlichen Restteilchen gibt es jetzt auf dem Feschbarbrett mal abgesehen oder Zahnstocher oder Mehrweg-Holz-Strohhalm oder was auch immer nicht allzu viele Anwendungsmöglichkeiten. Kannst auch noch Papier draus machen, selbstverständlich, aber oft landet das eben dann sinnvollerweise im Sägewerk selbst und das habe ich übrigens bei meinem Holzkreislauf-Video im Adventskalender tatsächlich vergessen zu sagen, im Sägewerk selbst, danke für den Kommentar übrigens, in der Heizanlage, damit man ja irgendwie auch die industrielle Trocknungsmaschine, die eben auch schon mal kurz erwähnt worden ist, auch mit irgendwelchem Strom versorgen kann, ja, und dann macht das dann schon Sinn, dass man die dann mit den Holzresten aus dem eigenen Sägewerk eben entsprechend befeuert und die Energie für die Holztrocknung auf diesem Wege dann beibringt. Das macht auch durchaus Sinn und das ist eine Holznutzung, wo Holz als Brennholz benutzt wird, wo es gar keine alternative Nutzung gibt. Und das ist nämlich jetzt auch unser nächster Punkt im Wald. Wenn du in den Wald gehst und einen Baum umschneidest, dann ist das nicht immer, nicht 100% immer super tolles Ultraholz, mit dem du Opernhäuser, Yachten, Ultraleicht-Holzflugzeuge, keine Ahnung, was es da in Zukunft noch alles geben wird, bauen kannst, sondern es ist in vielen Fällen eben sogenanntes Industrieholz, also miese Holzqualitäten, da ist vielleicht der Pilz schon drin gewesen, was ökologisch schön ist, aber halt eben nicht für die Holzverwendung. Da ist möglicherweise der Borkenkäfer vorher schon dran gewesen, das gibt es auch bei Laubbäumen, Laubbäume haben auch Borkenkäfer und wie gesagt, vor allen Dingen, wenn der Pilz schon drin gewesen ist, dann kannst du das für stoffliche Verwertung mehr oder weniger vergessen, dann bringt das nur noch irgendwie, das Holz dann nur noch zu verbrennen, so und das ist die Praxis, im Wald fällt nicht nur 1a super Qualitätssolz zum Stradivari bauen an, sondern eben auch einen Haufen Ramsch und der ist nicht zu gebrauchen, außer zum Verbrennen und dann macht man das halt damit und das ist dann in dem Fall auch kein Schaden und das ist dann auch nicht schade, um das super hochwertige Produkt Holz, weil in diesem speziellen Fall ist es nicht super hochwertig, sondern irgendein Ramschholz, wo kein Mensch irgendwas draus bauen kann, das würde einfach nicht halten, keine mechanische Stabilität und auch für Papier eignet sich das dann meistens nicht mehr, weil dann auch eben die Fasern für ein vernünftiges Papier hoherer Qualität müssen das lange Holzfasern sein und die sind nicht mehr lang, weil der Pilz als allererstes erstmal folgendes tut, nämlich die Fasern klein machen und damit ist sowohl die Stabilität für mechanische Anwendungen als auch für halbwegs brauchbares schönes Papier, auf dem man vernünftig schreiben, drucken, ja, was auch immer, Amazon Prime Pakete drin einpacken kann, ist dann relativ schnell verloren. Aber brennen tut's noch, brennen tut's sogar noch richtig gut, ja, wenn der Pilz verpilzt, der Setzungsprozess durch Pilze, meistens, vor allen Dingen die Weißfäule ist da maßgeblich daran beteiligt, wenn das noch nicht ganz so weit fortgeschritten ist, also verschiedene Weißfäulepilze, das ist ein Sammelbegriff, es gibt nicht die eine Weißfäule, egal, dann geht das noch meistens recht gut und auch da ist wirklich nichts daran auszusetzen, solche anderweitig nicht für wertbaren Holzsortimente als Brennholz zu verwenden, ich weiß, niemand, wer was anderes behauptet, hat halt keine Ahnung, so, außer, außer die eine Alternative, die ich da fernes halber jetzt doch noch kurz erwähnen möchte, solches Holz niederer Qualität kann man selbstverständlich auch, statt es als Brennholz zu nutzen, zum Schutzer der Biodiversität und für eine gute ökologische Waldentwicklung auch im Wald liegen lassen, ja, das ist natürlich schon gegebenenfalls eine richtig, richtig gute Alternative, da freuen sich dann eben diverse Organismen, die im Wald so unterwegs sind, drüber, wenn das Holz dann liegen lässt, aber, ja, gut, das muss man dann im Einzelfall entscheiden, wie ist denn schon die Totholz-Situation in diesem Wald, wie viel Totholz braucht es denn, man muss dazu sagen, ein bewirtschafteter Wald, der eben dieses nicht fossile Brennmaterial und diesen nicht fossilen Baustoffholz, den wir gesellschaftlich so unbedingt benötigen, liefert, ja, in diesem Ökosystem muss da auch irgendwie arbeiten können, wenn da jetzt überall morsches, möglicherweise noch stehendes Totholz rumsteht, dann wird das halt lebensgefährlich für den, der da arbeitet und der, der da arbeitet, möchte dann vielleicht gerne in einem Stahlkäfig auf einer tonnenschweren Maschine hocken, mit der er dann in so einem gefährlichen Wald, wo Bäume auf ihn umkippen könnten, jederzeit, lieber mit sowas unterwegs sein und das ist dann und das ist dann auch nicht unbedingt zwingend besser für das Klima, wenn mehr Holzernte mit dem Harvester gemacht wird und besser für den Wald ist es in jedem Fall auch nicht wirklich. Es ist ja schon richtig, dass ein Harvester nicht unbedingt für eine tolle Waldökologie zuträglich ist, aber er ist halt nun mal ein notwendiges Übel, das geht nicht ohne. Jetzt habe ich mir noch aufgeschrieben, ich soll noch mal sagen, dass fossiles CO2 zu vermeiden immer, 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 immer unser oberstes Ziel sein sollte. Nicht einfach mal raushauen, später können wir schon noch irgendwo speichern, sondern immer als allererstes versuchen, die Emissionen von fossilem CO2 einfach mal zu vermeiden. So, und dafür ist Holz tatsächlich eben dann unter den gegebenen Parametern eine Alternative, nämlich, wenn es keine bessere Verwendungsmöglichkeit gibt, wenn schon genug Totholz im Wald rumliegt, wenn es nicht weit ist bis zum Kamin, wo es verheizt werden soll und, äh, ja, das waren so die wesentlichen Parameter, glaube ich, und noch besser, wenn es Alt- und Restholz ist. So. Und bezüglich jetzt der ganzen Geschichte mit der Nutzung von Holz. Könnte man denn nicht, vielleicht eventuell, das ist jetzt ein alter Hut, das Thema, aber ich greife jetzt doch nochmal auf, was hier irgendwie mit reingehört. Könnte man nicht alternativ sagen, ja gut, das ist ja alles schön und gut mit dem Holz, ja, aber wenn ich den Wald stehen lasse und kein Holz mache, ja, dann wächst er doch wahnsinnig dicht und wahnsinnig zu und speichert so große Mengen von CO2, dass auch das ganze zusätzliche CO2, das ich jetzt logischerweise trotzdem ausstoße, weil ich mit Erdgas heize, zum Beispiel, dass das doch völlig irrelevant ist, weil der Wald wächst ja so derartig riesig und toll, dass der ja alles, alle Probleme löst, indem man nichts tut, braucht man sich dann auch gar keine Sorgen mehr machen, weil man hat ja den Wald, der alle Probleme für uns löst. Funktioniert das? Kurz gesagt, nö. Warum nicht? Also, zunächst mal ist es schon so, dass wenn wir einen bewirtschafteten Wald aus der Nutzung nehmen, dass der jetzt erstmal, also so einen durchschnittlichen bewirtschafteten Wald, einen guten, keinen Fichtenreinbestand, sondern einen guten Laubmischwald, den nehmen wir jetzt aus der Nutzung und jetzt passiert Folgendes, der wächst und der speichert CO2 und der wächst weiter und der speichert noch mehr CO2 und der speichert durchaus große Mengen von CO2, gar keine Frage. Blöd ist, wir haben ja wie gesagt schon Klimawandel, das hatte ich ja eben schon erwähnt und jetzt kommt ein gigantischer Sturm und schmeißt den ganzen Wald um und jetzt wächst der nicht mehr. So, stattdessen wird er jetzt von der CO2-Senke vom Ökosystem, das die ganze Zeit CO2 aufnimmt, wird er genauso wie zum Beispiel ein Auto Verbrenner zur CO2-Quelle. Durch ganz natürliche Prozesse. CO2-Abgabe in die Atmosphäre ist ja nichts, was die Natur nicht auch machen würde. Das ist per se ja auch kein falscher oder schlechter Prozess, es ist nur lediglich etwas, was wir halt in letzter Zeit einfach über die natürlichen Grenzen, über die Kreislaufsysteme des Ökosystems hinaus betrieben haben. Zu viel, egal von was, immer scheiße. Und in diesem Fall ist es halt jetzt eben zu viel CO2-Emissionen. Und das passiert dann auch im Wald. Und wenn du den Wald als ewigen Kohlenstoffspeicher betrachten möchtest, dann musst du halt davon ausgehen können, dass der Wald nie zusammenbricht und der Bestand nie zerstört wird durch irgendein Extremumweltereignis. Und das ist völlig unrealistisch. Extremwetterereignisse werden, selbst wenn wir jetzt heute, heute aufhören, irgendwelches fossiles CO2 in die Atmosphäre pusten und die Energiewende jetzt, puff, gerade passiert ist. Und wir sind 100% regenerativ. Dann ist es immer noch zu spät. Dann werden immer noch Extremwetterereignisse deutlich häufiger werden. Und auch noch deutlich häufiger werden, als sie es heute sind. Und selbst mit der Häufigkeit, die wir jetzt haben, wenn wir uns die letzten 10 Jahre angucken, kannst du auf keinen Fall in Deutschland sicher sein, dass ein Wald, den du jetzt zum Urwald werden lassen möchtest, wirklich 300 Jahre alt wird. Viel realistischer ist, der wird vielleicht 120 und dann kommt der nächste Sturm und schmeißt ihn um. Oder alternativ, es kommt irgendeine Massenvermehrung vom Buchenfresskäfer und schmeißt ihn um. Ohnehin bei der Buche darf man durchaus Angst haben, dass die mit dem Klimawandel, insbesondere die alten Bäume, so gar nicht so gut zurechtkommt. Es gibt auch Hinweise, dass sie doch gut damit zurechtkommt. Du findest alles Mögliche dann in der Forschung. Also man ist derzeit einfach ungesicher, sehr, sehr unsicher. Das ist so die vorherrschende Emotion sozusagen und auch die vorherrschende Datenlage, wenn es um die Zukunft von gerade sehr lange unbewirtschafteten Wäldern geht. Und wenn man sagt, das soll ein Urwald werden, dann hat man ja noch nicht mal die Möglichkeit, da irgendwie einzugreifen, wenn es zum Beispiel zu einer Massenvermehrung von Schädlingen kommt, die man mit relativ einfachen Methoden, nämlich hier und da mal befallenen Baumfällen, bevor sie sich massenhaft ausbreiten können, oft, sehr, sehr oft in den letzten 200 Jahren auch immer sehr, sehr erfolgreich, ganz gut in der Verbreitung eindämmen kann. Die erste Phase in der Waldgeschichte, in der das mal nicht funktioniert hat, mittels Entnahme von einzelnen Bäumen die Schädlingsausbreitung einzudämmen, ist die Borkenkäfer, ja, Pandemie möchte ich es nicht nennen, aber die Borkenkäfer-Katastrophe von 2018 bis 2020. Das war einfach so viel, dass es dann nicht mehr funktioniert hat. Jetzt überraschend, davor hat es immer funktioniert. Deswegen hat man es auch wieder versucht, logischerweise, weil es halt bisher immer funktioniert. Eine Katastrophe von 18 bis 20 ist in diesem Ausmaß noch nie da gewesen. Logischerweise wusste man dann nicht genau, was man da tun muss. Da gibt es eine gewisse Parallele zur Corona-Geschichte. Gut. Lässt du den Urwald jetzt die ganze Zeit wachsen und nehmen wir mal an, es passiert keine Katastrophe, dann ist der Wald irgendwann trotzdem voll und so ein Wald, auch ein Urwald, ist trotzdem nicht unsterblich. Und der bricht nach 250, 300, 350 Jahren, bricht der dann irgendwann durchschnittlich doch irgendwann mal zusammen. So, und jetzt ist da ein Haufen Holz in diesem Wald, massenhaft CO2 und das wird jetzt alles im Verlauf der nächsten 60, 70, 80 Jahre auch wieder größtenteils in die Atmosphäre entlassen. Es ist also längst nicht bis in alle Ewigkeit gespeichert, sondern jetzt viele Urwälder wachsen zu lassen, ist bestenfalls eben eine Übergangslösung, muss man der Fairness halber sagen, zumindest was das CO2-Speicherproblem angeht, bis in die Zukunft. Und wenn wir jetzt überall sagen, wir machen jetzt Urwald, dann haben wir in 250 Jahren eben auch überall in Anführungszeichen Urwald, der überall zeitgleich zusammenbricht und dann wieder einen Haufen CO2 in die Atmosphäre haut, was in dieser Art und Weise auch wieder kein natürlicher Prozess ist. Selbst wenn es aus einem natürlichen Ökosystem stammt, aber die schiere Menge, die dann zeitgleich, weil alle Wälder gleichzeitig oder zumindest im Turnus von 50 Jahren oder was zusammenbrechen, auch das könnte dann durchaus ein Thema sein. Übrigens, was den CO2-Speicher von alten Wäldern angeht, da wird auch oft noch darauf hingewiesen, nicht ganz zu Unrecht, dass ja ein Großteil der Biomasse der Bäume, auch wenn die zusammengebrochen sind und der alte Wald zusammengebrochen ist, dass ein großer Teil der Biomasse, damit auch des CO2, dieser Bäume ja auch im Boden gespeichert wird und dann ist er da erst mal drin und dieser Bodenspeicher, der kann, kann langfristiger noch sein als der eigentliche Waldspeicher und so ein Boden kann theoretisch, kann große, große Mengen von organischem Kohlenstoff entsprechend ja im Boden auch beherbergen. Je nach Boden ist das mal mehr, mal weniger. So, jetzt völlig unabhängig vom Klimawandel haben wir noch ein zweites Problem, also wir haben diverse Probleme mit globalen Auswirkungen, aber ein weiteres ökologisches, relevantes ist nämlich die Düngung der Welt. Dadurch, dass wir inzwischen derartig viel Kunstdünger, aber Bosch-Verfahren, Stichwort, auf unsere Felder gekippt haben, was zum Teil für ja auch durchaus gute landwirtschaftliche Erträge sinnvoll gewesen ist. Ich esse auch gerne. Man sieht es mir ja inzwischen auch durchaus an. Und auf keinen Fall dürfen wir da die Landwirte für verantwortlich machen, da muss man zuallererst bei sich selbst anfangen, sich selbst dafür verantwortlich zu machen. Ich kann das überhaupt nicht leiden, wenn man immer Bauern-Bashing betreibt, um es mal salopp zu sagen. Na, wie dem auch sei, jedenfalls trotzdem, wir fragen das ja nach und dann müssen die ja so arbeiten, wie es der Konsument eben entsprechend haben möchte und so weiter. Man hat ja keine andere Wahl dann mehr als derjenige, der davon auch leben muss, von seiner Arbeit. Anders als wirtschaftlich erträglich kannst du die ja nicht machen. Wie soll das funktionieren? Egal. Jedenfalls, durch die viele, viele Stickstoffdüngung sämtlicher Böden ist Stickstoff inzwischen mit jedem Regenschauer eigentlich überall runterkommend. Also es gibt kaum noch Stickstoffmangelstandorte irgendwo auf der Welt und mit einem erhöhten CN-Verhältnis, also Kohlenstoff zu Stickstoff in der Biomasse im Boden, das ist bodenkundliches Grundwissen, steigt die Kohlenstoffabbaurate beziehungsweise die organische Substanzabbaurate im Boden drastisch an. So und wo geht Kohlenstoff hin, wenn er im Boden abgebaut wird? Dann wird er zu CO2. Was hat das für eine unangenehme Eigenschaft? Es ist ein Gas. Und wo geht es dann hin? Nach oben. Und wo ist es dann in der Atmosphäre? Und wegen dem gleichzeitig zum Klimawandel stattfindenden Eutrophierungsproblem sämtlicher Böden sozusagen, wäre ich mir überhaupt nicht sicher, dass der potenziell sehr lange haltende CO2-Speicher Boden in der Zukunft wirklich großartig anwachsen wird. Mal mal da Urwälder draufstellen. Dazu kommt ja noch, hohe Temperaturen des Waldbodens begünstigen auch weiterhin das Ausgasen von CO2 beziehungsweise den Umsatz von organischer Substanz und hohe Temperaturen im Waldboden wird es spätestens dann geben, wenn ein Urwald, der bisher immer super schön schattig und so weiter und so fort gewesen ist, halt irgendwann dann doch auch zusammenbricht. Möglicherweise eben sehr früh oder möglicherweise durch eine Katastrophe, Windwurf, Supersturm, irgendwie sowas, Superkäfer, Supervirus. Geht auch. Gibt es auch bei Bäumen. Kein Thema. Superbakterium. Alles kein Thema. Dann haben wir also das gleiche Problem auch wieder mit dem Boden, dass das dann viel schneller abgebaut werden kann. Außerdem, je mehr Kohlenstoff in einem Boden drin ist, solange nicht das Leben wirklich einschränkende Verhältnisse herrschen, wie zum Beispiel super trocken, super kalt, super Mangel von irgendwas anderem. Also super trocken und super kalt sind die tatsächlich am häufigsten vorkommenden Phänomene, die dann eben hohe, gigantische Kohlenstoffspeicher im Boden zulassen, weil einfach der Abbau im Boden nicht stattfindet. Super nass, das gibt es auch noch. Also viel zu nass und gleichzeitig viel zu sauer und dann sind wir beim Hochmoor und dass man Hochmoor zur Zeit sehr viel schützen möchte, das ist auch gerade politisch sehr gewollt. Finde ich im Übrigen super. Mit einer Ausnahme, da müssen wir auch mal irgendwann drüber sprechen, nicht jedes Moor bedarf millionenteurer Renaturierungsmaßnahmen. Wahrscheinlich 99 Prozent, naja, 95 Prozent aller Moore, aber wirklich nicht jedes. Leider macht man es aber doch bei jedem gefühlt jetzt gerade und auch bei dem einen falschen. Da müssen wir auch mal dringend drüber reden. Ja, ähm, richtig. Also Wald kann auch zur CO2-Quelle werden, der ist nicht automatisch eine CO2-Senker. Also wenn du sagst, du machst, oh was, der speichert CO2, ja meistens ja, aber eben nicht automatisch und längst nicht immer und so einfach ist es nicht. So per se, so Pauschalantwort, Wald immer speichert CO2. Nein. Beispiel der tropische Regenwald. Wir haben nämlich gerade den Punkt erreicht, wo der aufhört, ein CO2-Senke zu sein. Der tropische Regenwald hat, da gibt es einen interessanten Nature-Artikel dazu, auf großen Teilen seiner Ausdehnung inzwischen mehr oder weniger aufgehört, zusätzliches CO2 aufzunehmen. Weil einfach die Rodungsrate, die Waldvernichtungsrate plus das schlechtere Wachstum durch fehlenden Regen, weil der Wald ja seinen eigenen Regen macht und wenn genug Regen weg, äh, wenn genug Regenwald weg ist, ist irgendwann auch der Regen weg. Und drum gibt es eben große Teile des tropischen Regenwalds, die derzeit mehr, äh, entweder aufgehört haben, CO2 zu speichern oder mehr CO2 abgeben, als sie derzeit speichern, ja. Also viel relevanter als 100, keine Ahnung, sagen wir mal, 10.000 Quadratkilometer zusätzlichen Regenwald in Deutschland. Viel wichtiger als das, und was im Übrigen mit horrenden Kosten, äh, äh, verbunden wäre, wäre jeder, jede paar Kilometer, paar Quadratkilometer tropischer Regenwald, die wir irgendwie hätten können. Also es ist mir wirklich ein dringendes Anliegen, dass wir uns klar machen, wir können auf keinen Fall von Deutschland aus, äh, irgendwelche globalen Prozesse maßgeblich, außer durch gutes Beispiel und durch Zeichen, zeigen, dass man damit gut wirtschaften kann und hoffentlich irgendwelche Länder zum Nachahmen, äh, anregen. Außer mit sowas können wir eigentlich nix erreichen. Ja, das muss einem schon klar sein, oder jedenfalls nicht genug. Das haben wir 4% am globalen CO2-Ausstoß. Das ist nicht gerade wenig, wenn man bedenkt, wie winzig wir eigentlich sind. Das ist im Gegenteil sogar sehr, sehr viel. Und wenn wir das reduzieren, ist schon ein Stückchen was erreicht, gar keine Frage. Aber reichen tut das natürlich hinten und vorne nicht. Ich hoffe halt nur einfach, dass sollten wir das erreichen, dann vielleicht das eine oder andere Land sieht, oh, die Deutschen, die machen da trotzdem viel Gewinn mit und haben trotzdem noch eine funktionierende Wirtschaft und trotzdem noch ein großes Bruttoinlandsprodukt, was auch immer. Äh, und vielleicht können wir das ja auch nachmachen. Und andere Länder machen es ja auch schon vor. Die reichsten Länder der Erde, zum Beispiel die Schweiz oder Island, die haben natürlich andere Grundvoraussetzungen mit Wasserkraft und Geothermie. Aber die sind schon plus minus viel näher dran an der CO2-Neutralität, was die Energieversorgung angeht, als wir das beispielsweise sind. Also Island ist da schon richtig, richtig gut dabei. Die Schweiz auch schon viel besser als wir, selbstverständlich. Oder Norwegen. Norwegen hat so viel regenerative Energie, die geheizen nach wie vor in Kiruna im Winter die Bordsteine, damit die nicht einfrieren. Na, und haben da keinerlei Umweltbedenken, weil Strom haben wir genug. Ja, das interessiert uns nicht. Also, das nun mal so als Beispiel. Und noch so ein paar Gedanken zur Zukunft. Ja, dann haben wir es, glaube ich, durchgekaut, oder? Also, wer gerne einen eigenen Kamin hat oder eine sonstige Holzheizung und einen guten Zugang zu nachhaltigem, lokalem Holz mittlerer, beschlechter Qualität, weil aus den guten Qualitäten sollte man wirklich was Besseres machen, der kann bedenkenlos mit Holzheizen und sich freuen um jedes bisschen Gramm, nicht an fossilen Energieträgern, was im Boden durch ihn konkret oder die entsprechende Familie, je nachdem, bleiben kann. Mit Holzheizen ist unter diesen Bedingungen wirklich eine gute Sache aus China importieren, sollte man es allerdings hingegen nicht. So, ich glaube, ich habe fertig. Ja, ich entschuldige mich nochmal dafür, dass ich dieses Video mit der Kartoffel, die auf dem Toaster liegt, aufgenommen habe. Aber der Ton dürfte gut gewesen sein, hoffe ich zumindest. Sagt zumindest hier mein Audio-Mixer. Ich habe inzwischen einen Audio-Mixer, krass, ne? Der hat da mehrere Tonspuren und die sind total bunt und bewegen sich. Das ist der Punkt, wo man Tschüss sagen sollte. Tschüss!